Hi, mein Name ist Leonardo. Ich bin 27 Jahre alt und mache die Ausbildung zum Fleisch im Verkauf. Bei EDEKA hat es für mich einfach gepasst. Die Arbeit ist vielseitig und es macht Spaß, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Außerdem gehe ich gerne zur Arbeit, weil meine Arbeitskollegen die Freunde für mich sind. Wer beim Beruf des Fleischers ans Schlachten denkt, liegt falsch. Die Ausbildung bei EDEKA bietet vielfältige Tätigkeiten und Fachwissen rund um die Qualität und Verarbeitung von Fleisch. Hygiene wird dabei sehr ernst genommen. Deshalb bekommt jeder Azubi zu Beginn der Ausbildung eine Hygieneschulung. Der Hauptbestandteil meiner Ausbildung ist das Verarbeiten von Fleischwaren. Dazu gehört auch die Warenannahme und Kontrolle. Danach können die Produkte weiterverarbeitet werden. Heute zum Beispiel werde ich eine Schweinekeule ausbeinen. Von der Zerlegung bis zur Veredelung lernt man in der Ausbildung zum Fleischer die einzelnen Schritte genau kennen. In speziellen Seminaren wird man zum Experten und kennt alle Besonderheiten der verschiedenen Produkte. Dazu zählen auch exklusive Spezialitäten. Als Fleischheimverkauf stehe ich aber auch hinter der Theke und berate Kunden. Hallo. Hallo. Wir würden gerne heute Schnitzel machen. Was würden Sie mir da empfehlen? Also ich hätte hier einmal den Hals da oder die Oberschale. Die würde ich auch eher empfehlen. Sie ist sehr mager und bleibt auch schön sachtig. Es macht mir Spaß Kunden zu beraten und bei Fragen weiter zu helfen. Die Ausbildung zum Fleischer im Verkauf dauert im Normalfall drei Jahre. Was man dafür braucht? Freude am Kontakt mit Kunden, Fingerfertigkeit und Teamfähigkeit. Bitteschön. Dankeschön. Schönen Tag. Edeka steht auch voll und ganz hinter seinen Mitarbeitern. Nach der Ausbildung gibt es zahlreiche Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Außerdem werden die meisten Azubis nach ihrem Abschluss direkt übernommen. In meiner Freizeit arbeite ich ehrenamtlich in einem Jugendhaus. Ich mache die Kasse, stehe an der Garderobe oder mache das Catering für die Band. Heute Abend findet im Jugendhaus ein Konzert statt und die Band hat sich Burger gewünscht. In seiner Ausbildung lernt Leo alles über die Produkte, die er an der Frischetheke verkauft. Er lernt, wie die Tiere gehalten werden, wer die Zulieferer sind und verarbeitet die Zuschnitte letztendlich selbst. Das Gute an meiner Ausbildung sind die flexiblen Arbeitszeiten. Ich lerne die Lebensmittel näher kennen und ich arbeite mit netten Kollegen zusammen. Und wenn auch du ein Kollege von Leo werden möchtest, dann bewirb dich für eine Ausbildung als Fleischer im Verkauf bei Edeka Südwest.